Seit vergangenem Jahr finden immer mehr Meetings und Schulungen online statt und hat dies zu Beginn mit einem Headset und einer normalen Kamera oder Webcam stattgefunden, so wird immer mehr auf richtige, professionelle Kameras gesetzt. Doch bei dem Wort Kameras und nicht nur Einzahlkamera bekommt man dann meistens das Problem, dass man all diese Kameras ja irgendwie mit dem PC verbinden muss und man muss auch schauen, dass man diese verschiedenen Kameras dann auch in das Meeting oder die Schulung übertragen kann. Das kann man mit Capture-Karten machen, bei manchen Kameras kann man das auch über eine USB-Verbindung machen, aber damit man das Ganze dann auch in ein Meeting oder eine Schulung bekommt, braucht man dann Zusatzsoftware, wie zum Beispiel OBS Studio. Wem das Ganze zu viel ist, der hat dann die Möglichkeit, auf bestimmte Geräte zurückzugreifen, die sich dazwischen schalten. Das heißt, an dem sind dann die ganzen Kameras angeschlossen und man hat so ein kleines Schaltpult, worüber man die Kameras dann hin und her switchen kann, was dann in das Meeting oder die Schulung übertragen wird. Eins dieser Geräte ist zum Beispiel das Blackmagic Atem Mini Pro. Das ist so ein kleiner Mixer und der nimmt einem ganz viel Arbeit ab. Das Problem ist ja, dass man vielleicht auf Bühnen unterwegs war und dort hatte man immer ein Team dabei, die sich darum gekümmert haben, dass die Kameras umgeschaltet werden, dass man alles monitoren kann. Aber ist man zu Hause alleine, dann muss man das selbst übernehmen. Da kann man sich natürlich kein Team leisten, was einem das Ganze zu Hause dann abnimmt. Geschweige denn, dass das überhaupt aktuell unbedingt immer erlaubt ist. Das Blackmagic Atem Mini Pro kann da dann halt dazu führen, dass man selber die Zügel in die Hand nehmen kann und das Ganze auch wirklich einfach und super steuern kann. Was das Blackmagic Atem Mini Pro alles kann und für wen sich das Gerät denn überhaupt lohnt, das werden wir gleich nach dem Intro einmal klären. Bevor wir nun an das Anschließen und Ausprobieren des Gerätes gehen, würde ich sagen, schauen wir uns das Gerät doch erstmal im Genauen an und sprechen auch mal drüber, was überhaupt mit dabei ist. Wenn ihr das Blackmagic Atem Mini Pro kauft und da gibt es verschiedene Versionen von diesen Geräten, ich beziehe mich nun auf das Atem Mini Pro, dann bekommt ihr das kleine Gerät hier, also die Schaltzentrale, das eigentliche Gerät und ihr bekommt einen Stromadapter. Und das war es eigentlich schon. Das heißt, ihr könnt das Ganze an Strom anschließen und mehr ist nicht dabei. Keine HDMI-Kabel, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da müsst ihr sowieso schauen, was für Kameras ihr benutzt. Und ihr bekommt auch kein Netzwerkkabel oder Audiokabel dazu. Das müsst ihr halt je nachdem, welches Equipment ihr dann anschließen wollt, dazu kaufen. Packen wir das Stromkabel einmal beiseite und schauen uns das Gerät mal im Genauen an. Erstmal seht ihr oben die Bedienfläche und da sind halt eigentlich alle Knöpfe, mit denen man das Gerät komplett über das Gerät steuern kann. Kommen wir später auch noch zu, man kann nämlich auch über Software das Gerät steuern, aber generell ist hier eigentlich schon alles über die Knöpfe machbar. Und das macht es halt auch so interessant, denn man stellt sich das Ganze mit auf den Tisch, an dem man dann ein Meeting, eine Schulung oder sonstiges hält und kann über die Knöpfe selber regeln. Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich dann die Anschlüsse und dort gibt es einmal zum Beispiel zwei Mikrofonanschlüsse. Da habt ihr 3,5 Klinkeanschlüsse. Da könnt ihr ein ganz normales Mikrofonsignal oder ein Line-Level-Signal reinschicken. Außerdem habt ihr vier HDMI-Anschlüsse, wo ihr Kameras anschließen könnt, sowie einen HDMI-Out. Ihr habt einen USB-C-Anschluss als USB-Out und einen Netzwerkanschluss und ganz zum Schluss natürlich den Stromanschluss. Bei den Mikrofonanschlüssen ist das super interessant, denn hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dann eigene Mikrofone, nicht die integrierten der Kameras, sondern solche, die man vielleicht aufgestellt hat oder über sich gehängt hat, also Boom, Pole. Oder vielleicht auch eine Funkstrecke direkt anzuschließen und in das ATEM Mini Pro einzuschleusen, sodass man dann das Mikrofonsignal, welches man einschleust, nutzt und nicht das der Kameras. Die HDMI-Anschlüsse sind jeweils bis 1080p60, das heißt, man kann bis Full-HD mit 60fps Kamerasignale dort einschleusen. Und der HDMI-Out, der kann zum Beispiel an einen Monitor angeschlossen werden, auf dem man dann sieht, was von den Kameras ankommt. Das ist ganz praktisch. Dort kann man dann einfach alle vier Eingänge direkt sehen und kann auch sehen, wohin man gerade hinschaltet, was aktiv ist, um halt nicht den Überblick zu verlieren und vorher zu sehen, auf welche Kamera man vielleicht schalten möchte. Der USB-Out ist auch ganz interessant. Damit kann man zum Beispiel eine Festplatte anschließen, auf die man dann direkt aufnehmen kann. Oder aber man kann das Ganze mit dem PC verbinden und hier kann man das mit einem Windows-10-Rechner oder einem macOS-System verbinden und kann dann über die Software auf der jeweiligen Plattform auch weiter steuern. Der Netzwerkanschluss ist dafür gedacht, dass a. Updates darüber gefahren werden können, b. kann man dann auch im Netzwerk auf das Gerät zugreifen und es steuern und c. gibt es auch die Möglichkeit, direkt über den Atem Mini Pro zu streamen. Denn es ist eine Streaming-Engine verbaut, das heißt, man kann das Signal auch direkt darauf konfigurieren und dann zum Beispiel an YouTube, Twitch und sonstige Streaming-Plattformen senden. Da hier das RTMP-Protokoll genutzt wird, ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Man kann an jeglichen Dienst oder Streaming-Dienst streamen, der RTMP unterstützt. Aber das erstmal zu den Anschlüssen und überhaupt dem Gerät an sich. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze einmal gemeinsam an und dann gehen wir einmal grob drüber, was man so machen kann und ich zeige euch, für wen das Gerät denn überhaupt interessant sein könnte. Was wir nicht machen, ist einen kompletten Rundumkurs für dieses Gerät, denn es gibt so viele Möglichkeiten, was man damit alles machen kann. Wenn ihr da Interesse habt, gerne mal konkrete Fragestellungen zu dem Gerät in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mir mal überlegen, ob man da so eine kleine Miniserie draus baut mit konkreten Videos zu bestimmten Fragestellungen. Aber schauen wir uns das Gerät doch mal in Aktion an. Ich habe das Blackmagic Atem Mini Pro nun mal verkabelt, habe hier zwei Kameras angeschlossen, hinten am Gerät, sowie einen Ausgang. Das heißt, wir können uns auch anschauen, was man auf dem Monitor sehen kann. Netzwerk ist angeschlossen und wir sind ready to go. Bevor wir nun hier auf den verschiedenen Knöpfen rumspielen, schauen wir uns doch einfach mal an, wie das Ganze denn aussieht, also die Ausgabe des Monitoring-Ausgangs. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann hat man dort oben links einmal einen Preview. Das heißt, das wäre eine Kamera, die man sich anschauen kann, aber nicht aktiv schaltet. Und oben rechts ist Program, also das aktuell aktive Programm, das gesendet wird, das entweder aufgenommen wird, das übertragen wird in einem Meeting oder das gestreamt wird. Man kann nun diese beiden Hauptfenster sozusagen nehmen, um die Kameras A einmal zu checken und B natürlich auch zu sehen, was wird aktuell aktiv übertragen. Wenn man nun auf dem Blackmagic Atem Mini Pro nun die Kamera wechselt, ich drücke hier mal auf die zwei, dann sieht man das Preview und auch Programm beide auf die zweite Kamera switchen. Ganz interessant ist auch, dass man unter diesen beiden Vorschaufenstern dann die jeweiligen Kameras sieht. Das heißt, man hat auf jeden Fall eine Ansicht aller vier Kameras, sollte man vier Stück angeschlossen haben, beziehungsweise die Anzahl der Kameras, die man angeschlossen hat. Und dort sieht man auch das Live-Bild. Kein Standbild, sondern ein Live-Bild, was die Kamera gerade aufnimmt. So hat man mit einem Blick alles im Blick, was man sehen muss und kann dann auf die aktive Kamera schalten, die man nun gerade zeigen möchte. Darunter sind dann noch weitere Fenster, die man sich anschauen kann, wie zum Beispiel ein Media Player, denn das Atem Mini Pro hat auch die Möglichkeit, von einer angeschlossenen Festplatte zum Beispiel Videodateien abzuspielen. Dann gibt es noch eine Anzeige, wie viel Daten gerade auf eine Festplatte geschrieben werden. Sollte man eine Aufnahme starten, beziehungsweise wie viel Speicherplatz noch zur Verfügung steht. Und ganz unten rechts sieht man dann eine super wichtige Komponente, nämlich den Audio-Mixer. In dem Audio-Mixer werden A, erstmal die einzelnen Pegel der angeschlossenen Kameras angezeigt. Das heißt, der dort oder darin verbauten Mikrofone. Man kann diese Mikrofone ein- und ausschalten. Dafür hat man zum Beispiel hier über jeden Kameraanschluss die Möglichkeit, hier die Mikrofone an- und auszuschalten. Würde ich jetzt zum Beispiel für Kamera 2 das Ganze einschalten, sieht man nun im Audio-Mixer, Cam 2 ist aktiv. Und ganz rechts sieht man PGM, das ist der Programmmonitor. Das ist das Audio, was aktiv aus dem Blackmagic Atem Mini Pro übertragen wird. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel die Kameras alle offschalten und könnte dann hier oben meine selbst angeschlossenen Mikrofone verwenden und diese auf On schalten. Während des Betriebes kann ich auch zwischen den Mikrofonen hin und her schalten und immer nur ein Mikrofon aktiv schalten. Wäre auch möglich. Oder hat man zum Beispiel mehrere Interviewteilnehmer, so kann man jedem Interviewteilnehmer eine eigene Kamera zuweisen mit einem eigenen Mikrofon und kann jedes Mikrofon für sich an- und ausschalten beziehungsweise auch lauter oder leiser machen. Und das direkt über diese kleine Box. Und dann gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel hier die Kamera switchen und kann dann hier oben so ein Picture-in-Picture-Profile aktivieren. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, alles klar, ich möchte oben links ein Picture-in-Picture haben. Würde das dann Ganze aktiv schalten und so sieht man auch im Programmmonitor, dass jetzt oben links zum Beispiel die Overhead-Ansicht ist und ich in groß noch am Reden bin. Wichtig ist hier, dass die Kamera 1 zum Beispiel, die angeschlossene, das wäre die Quelle, die Picture-in-Picture geschaltet wird. Man kann das Ganze ja auch wieder ausschalten aus die Maus. Dann hat man hier noch Übergangsmöglichkeiten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel einstellen, soll das Ganze mit einer Animation von einem Bild ins andere gewechselt werden. Dann gehe ich hier auf Auto und wenn ich nun zwischen den Kameras wechsle, dann sieht man im Programmmonitor, wie der Wechsel vonstatten geht. Möchte ich das nicht, kann ich hier wieder einen harten Cut eintragen, kann wieder wechseln, kann auch die Dauer des Cuts einstellen. Das heißt, ob das Ganze ein bisschen länger dauert, kann hier zum Beispiel einen Mix einstellen, gehe wieder auf Auto, sage zwei Sekunden, wechsle wieder und dann fadet das Ganze langsam rüber. Also man merkt, man hat hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten, eine Art kleines Produktionsstudio aufzubauen, was man dann sehr einfach und problemlos nutzen kann. Einen kleinen Wermutstropfen hat das Ganze jedoch. Wer sich dieses Video nun anschaut und eher zu den Subscribern von meinem Kanal gehört, die im Streaming-Umfeld unterwegs sind, und damit meine ich zum Beispiel Gaming-Streamer, für die ist das vielleicht eine ganz interessante Sache, aber was ihr damit nicht machen könnt, ist, dass ihr vier Kameras anschließt und für jede Kamera eine einzelne Quelle in OBS verwenden könnt. Ihr habt eine einzige Quelle und das ist der Programmmonitor. Den könnt ihr einbinden in OBS und könnt natürlich hier rüber umschalten und die Kameras wechseln. Ihr habt aber nicht vier getrennte Quellen in OBS, die ihr für jede Kamera einzeln verwenden könnt. Das geht damit nicht. Hat man dann die Software von dem Atem Mini Pro auf seinem PC installiert und hier halt wie gesagt Windows 10 oder Mac OS, dann hat man noch mehr Möglichkeiten, auf die Bedienung des Atem Pro einzugehen. Dort kann man nicht nur die Dinge tun, die man schon auf dem Atem Mini Pro direkt mit den Knöpfen tun kann, sondern man kann noch viel tiefer in die Einstellungen eingreifen. Das Ganze werden wir uns jetzt auch einmal grob anschauen, um nochmal zu schauen, was es denn für Möglichkeiten gibt. Öffnet man die Software, so kann man sich verbinden. Das geht a. direkt über die USB-C-Verbindung. Man kann aber auch auf einem anderen PC die Software installieren und per Netzwerk, wenn das Gerät und der PC im gleichen Netzwerk sind, einfach zugreifen. Nach der Verbindung mit dem Atem Mini Pro erhält man dann die Möglichkeit, hier in der Software viele Dinge zu tun. Ganz unten hat man die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln. In der Ansicht Mischer hat man dann die Möglichkeit, einfach den Programmmonitor zu steuern, die Vorschau zu verändern, man kann den Übergang setzen, die Übergangsart und man kann hier auch die Aufnahmen starten. Außerdem kann man hier auf Medien gehen und kann bestimmte Medien, nämlich Bilder oder Videos, in das Atem Mini Pro reinladen, welches man dann in das Ausgabeprogramm einschalten kann. Über Audio kann man dann noch feingranulare an dem Audio rumtüfteln, nämlich die Verstärkung einstellen, das Ganze auf ein Line-Level-Signal umsetzen und auch den Kopfhörermix anpassen. Hier hat man dann wunderbar nochmal einen Überblick, welche Kameras gerade welches Signal ausgeben und wie viel Signal von den angeschlossenen Mikrofonen ankommt. Bei Kamera kann man dann noch Farbänderungen an den Kameras vornehmen. Wer sich ein bisschen mit Color-Grading auskennt beziehungsweise seine Kameras sogar dann so professionell einsetzt, dass ein flaches Bildprofil, zum Beispiel S-Log 2, um hier einfach mal ein bisschen Buzzword-Bingo zu spielen, der kann dann bei S-Log 2, wie gesagt, ein sehr flaches Farbprofil, hier dann die Kamera nochmal nachträglich einstellen. Das heißt, den Weißabgleich, man kann hier dann noch ein bisschen in der Farbtabelle rumändern, Gamma und Gain setzen. Also man hat Möglichkeiten, noch mehr aus dem Bild herauszuholen. Dies kann man dann pro Kamera machen und einstellen. Außerdem hat man die Möglichkeit, hier in die Einstellungen zu wechseln und dort gibt es dann nochmal generelle Einstellungen. Zum Beispiel die Videonorm kann man hier setzen, das heißt auch das, was man nachher ausgibt. Man kann das Audio hier nochmal einstellen. Ein Multiview, dort kann man dann zum Beispiel einstellen, wie das Ganze hier aussieht. Man kann die Labels setzen für die verschiedenen Kameras, wenn man die bezeichnen möchte. Man kann hier noch eine Integration in das Hyperdeck vornehmen. Das wäre jetzt zu viel. Und man kann hier auch noch die Remote-Steuerung theoretisch aktivieren. Außerdem gibt es dann hier oben noch die Möglichkeit, bei Streamen die Streaming-Einstellungen vorzunehmen. Streaming-Einstellungen laden. Dort kann man dann Streaming-Einstellungen auf das Gerät laden oder aber streamen, alle importierten Einstellungen löschen, Status anzeigen bzw. den Stream starten. Streaming-Einstellungen werden mit Konfigurationsdateien vorgenommen. Diese kann man erstellen und kann sie dann hier über die Software einfach auf das Gerät laden. Mit diesen Konfigurationsdateien, dort sind dann zum Beispiel die Zugangsdaten hinterlegt bzw. der RTMP-Server, kann man dann direkt das Streaming vom Gerät starten. Was wir jetzt nochmal abschließend machen wollen, ist, dass wir uns mal anschauen, wie das Ganze denn in einer Meeting-Software wie zum Beispiel Zoom aussieht. Hat man das Blackmagic Atem Mini Pro dann per USB am PC angeschlossen und dann nur dann geht das, also ein USB-C auf USB-Typ A Kabel 3.0, dann kann man die einzelnen Geräte in Windows auch direkt auswählen bzw. auch auf Mac. Hier zum Beispiel auf einem Windows-System in Zoom kann ich dann in den Einstellungen einfach als Kamera Blackmagic Design auswählen. Und schon kann ich, wenn ich auf dem Blackmagic Atem Mini Pro hier die Kamera wechsle, sehen, dass das Ganze auch in Zoom so übernommen wird. Ich könnte theoretisch auch das Picture-in-Picture-Profile aktivieren. Wunderbar. So einfach geht der Bums. Hier das Picture-in-Picture macht da keinen Sinn. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und was ich gleichzeitig auch dazu bekomme ist, das heißt, wenn ich mein Audio komplett über dieses Gerät auch steuere und dort mein Mikrofon angeschlossen habe, ist eine Audio-Quelle, nämlich ein Mikrofon. Hier kann ich dann beim Mikrofon das Mikrofon Blackmagic Design auswählen. Und wenn ich dann mein Audio mische und hier zum Beispiel an der Kamera 2 das Mikrofon, das integrierte Mikrofon der Kamera aktiv schalte, sehe ich auch, dass das Audio direkt weitergegeben wird. Und es wird ja vom Gerät synchronisiert. Das heißt, ich brauche mich da nicht mehr drum kümmern. Theoretisch hat man einen kleinen Delay bei den Kameras und dem Ton kann man das über die Software noch steuern. Aber danach brauche ich nichts mehr machen. Das heißt, wenn ich gar nicht den Schritt noch weiter gehen möchte nun und noch einen OBS dazwischen stecken möchte, dann kann ich mit diesem Gerät professionelle Kameras einsetzen, kann mein Audio-Equipment anschließen und kann es in Software wie Zoom, wie Microsoft Teams und viele weitere einfach direkt einbinden und verwenden. Und genau da liegt auch der extreme Vorteil. Dieses Gerät spricht jetzt nicht unbedingt Streamer im Sinne von Gaming-Streams an, sondern es spricht Leute an, die entweder ihre Meetings ein wenig aufwerten wollen, die ihre Schulungen nun durch Corona oder halt auch generell online veranstalten, die Kurse online anbieten. Die können mit diesem kleinen Gerät alles steuern, richtige Kameras verwenden, Funkstrecken anschließen und müssen nachher gar nicht mehr viel am PC einstellen, weil das Gerät alles übernimmt. Das Einzige, was man machen muss in der Software, die man verwendet, das Videosignal auszuwählen und das Audiosignal auszuwählen. Und dann fertig. Und das war es eigentlich auch schon. Ich habe euch jetzt mal einen kleinen Rundkurs von dem Gerät gezeigt, habe euch gezeigt, was möglich ist, was nicht möglich ist. Es geht natürlich noch viel mehr. Und da nochmal, hatte ich ja im Video schon gesagt, sollte das Interesse bestehen für bestimmte, konkrete Anwendungsfälle, mal Videos zu produzieren, sagt mir doch Bescheid, schreibt das in die Kommentare, dann kann ich mal schauen, ob ich da vielleicht so eine kleine Miniserie austüftel und die nach und nach rausbringe. Wir sind nun am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!